Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Partner von Super Mario Odyssey. Wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben auf New Donk City. Da unten ist unser Schiffchen. Hier oben musste irgendwann Bowser kommen. Ich wollte noch einmal hier rumgucken und hier ist nichts weiter. Zumindest aktuell nicht. Also lasst uns reingehen. New Donk City Rathaus. Cooler Bowser Musik. Die Kamera ist nicht da rüber. Wie komme ich denn da rüber? Von oben. Okay. Ich habe nichts gedacht. Aber die Kamera ist hier nur ein wenig einstellbar. Also nicht so viel. Wo ist das für ein Rathaus mit einem bodenlosen Loch? Keine Verbindung und nichts. Wer baut denn so ein Rathaus? Wohoo. Ah ja, wir sind ja genau wo Mario. Yes. Yes. Ok. Wohoo. WoH. gut das geht ja noch lange wenig runterfallen in den tod ist das ok wie fies sind denn diese komischen gegner da muss ich anspringen ich würde mal sagen wir sind jetzt bloß in einem teil von dieser stadt weil durch den regen und den bosskampf der uns bevorsteht denke ich mal sind andere teile dieser stadt gesperrt also dass ich die richtige stadt kümmel wohl erst später betreten nämlich mal an oder vielleicht durch diese bilder aus anderen welten ok schnall die ganzen maden bevor sie ihre schnellevolution machen gibt es hier drinnen gar keinen und das ist der beweis dass es gleich zu einem ostkampf geht und das ist der beweis dass es gleich zu einem ostkampf geht da geht es rein zum bosskampf ok wo waren jetzt diese stangen hey wir hatten doch hier stangen gesehen da drüben die da meinte ich muss ich vielleicht von der da unten oha wo das war knapp das war knapp das war ziemlich knapp gemessen von uns eben und da haben wir den mond ich wusste doch wir kriegen hier auch ein rathaus fundbüro das war jetzt sehr risikoreich und ziemlich knapp gut dann gehen wir mal weiter immer noch nicht hoch genug ja das sehe ich genauso wow nicht wieder runterfallen hier gut ich habe zwar den checkpoint aktiviert aber ok ein freund von mir ist da oben und nicht mehr zurückgekommen nicht mehr Ah, ok, gar nicht mitgekriegt, dass man hier quasi den ganzen Weg auch hochkratzen kann, um Menschen zu kriegen. Das muss so an den Fingern weh tun. Ja, wir sind auf dem Weg, ich hab deinen Kumpel da schon gesehen gerade. Hm? Wer findet die etwa Zettel aus? Es kommt so vor, als würde dieses riesige Ungetüm die ganze Energie absorbieren und woran es hinleiten. Stell dir vor, das glaub ich auch. So wie so ein Tausendfüßler. Im Eggman-Style. Könnte eine Erfindung von Dr. Eggman sein, diese komische Raupe. Ähm, bitte was? Ja, auaauauauau. Das Mario das einfach so wegsteckt, so ein Punkt. Das ist unsere Chance. Gute Arbeit, yes! Ähm. Okay. Cool, ein Bosskampf mit der Fähigkeit. Mit Hilfe meiner Fähigkeit. Oh. Ne, dem Modus ist er nicht zum Stopp. Naja, da können wir ballern wie wir wollen. Ah, stopp. Während sie schießen, können sie uns nicht bewegen. Oh, ich bin nicht gut im Ziehen und Schießen hier. Ich glaube wir haben eine Phase verpasst. Mist. Ah, hat er noch geschafft. Nur zweimal? Ich dachte sonst immer dreimal. Okay, das war ein Aufschrei. Ein Multimound aus New Dark City ungeziefer. Irgendwas, konnte ich nicht lesen. Juhu, Sunshine! Nein! Ein Neuanfang für die City. Paulina! Wir sind jetzt grauenhaft, der geht allerdings los und wir haben schönes Wetter. Leider scheint Bowser in dem Aufruhr entkommen zu sein. Wir sollten uns an seine Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Montag, gehen wir doch noch welche in der City suchen. Bürgermeisterin Paulina ist echt der Knaller. Ich frage mich, was sie nach der jüngsten Aufregung vorhat. Und rüber geht's! Nein, warte! Nein! Hauptzufahr! Mal einen Überblick geben hier. Da waren wir gerade über Umwege irgendwie. Genau, über den Weg. Und dann von dort, von diesem blauen Dach aus. Da sind wir dann mit einem Drahtsaal rübergekommen. Da hinten ist was blau, braun ist, lilan ist, ne lila ist dahin. Zwei Menschen, da sind Menschen, da sind Menschen. Die Rangliste erlaubt dir die Ergebnisse anderer Spieler weltweit anzusehen und deine eigenen zu teilen. Wenn du teilnimmst, werden deine Spielstatistiken sowie dein Spitzname im Spiel veröffentlicht. Möchtest du eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen? Nein, danke! Ja, danke! Oh, ich mag kein Schwinge. Sorry, ich wollte A drücken, ich bin ein bisschen. Willkommen in New Donk City. Auch Pauline ist Partyzone genannt. Pass auf, dass du die Gaudi nicht verschläfst. Aber sag, weißt du dann schon über die Anleitung Bescheid? Ja. Nervt mich nicht. Okay. Oh, das sind doch wieder diese Früchte. Das finde ich lustig. Oh. Sorry. Oh, unser Freund, der Vogel. Hey. Na, komm wieder hier. Oder was siehst du denn? Ich weiß, ich weiß. Ich darf es dir nicht verraten, aber ich kann den Hinweis geben. Kübel auf dem Hausdach. Oh, danke. Okay, das heißt, für eine der Früchte ist auf jeden Fall irgendwo oben im Hausdach. Ah, ich habe keine Ahnung, das ist mir gerade etwas zu viel. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. wir haben es geschafft deswegen war ich gerade aber trotzdem ist ja notenjagd im privaten raum so privat war der raum denn nicht ich meine jeder kann hier reingehen und denkt sich was soll das da war da nicht gerade was an der wand das sieht komisch aus das graue oder viereck naja ich wollte die frucht noch nicht mitnehmen weil ich habe hier gar kein durchblick in dieser riesigen stadt die ist mir aktuell wieder ein doch etwas zu groß wo sind wir denn jetzt hier und dann ist schon wieder so ein mini guaranteed we waren schon wieder einen wenn das ist was ist wir sind jetzt hier wo ist gewonnen wo ist die wo ist Nicht so hoch wurde eigentlich? Nein. Oh, ich stand gar nicht richtig. It's a me. Mario! Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Nein, 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 nein. Eheh, fack. Fail. Kłem desarroll. Das war's für heute. Ja, so geht es doch. Ein Mond! Hurra! sind nicht noch mehr oh halt da am anfang ist noch was ich nehme jetzt den mit die letzte partie und der bescheuze das sind ja schon alle kurz vor explodieren die kann ich so ja gut erst mal egal da können wir uns später noch mal schauen wir sollen dahin zum rathaus da waren wir schon wir machen erst mal wir machen erst mal die haupt mission in dieser stadt könnte ich mich nämlich durchaus verirren rathaus vorplatz napoline hey die bedeutet mir alles ich kann dir gar nicht genug für deine hilfe danken mit diesem tausend füßler du weißt schon du musst unbedingt zum bevorstehen im festival kommen ich möchte dir und der stadt gerne meine dankbarkeit mit einer kleinen überraschung zeigen meinst du könntest vier musiker für mich aufteilen die mich bei einem kleinen auftritt unterstützen ich denke ja entschuldigung ich habe das gespräch zwischen dir und paulina mitbekommen es freut mich zu hören dass das festival wird stattfinden soll lang ist sehr sollte die bürgfrau bürgermeisterin meine dienst wünschen wäre ich sofort dabei der schlagzeuge ist dabei gut wir dürfen ein fest organisieren ok mach überlegt klaus ja mario zeig uns diesen kürz ein glück also ist er sicherlich schon gut wir müssen aber dafür erstmal ich mache einen gewohnen rennen am anfang war doch noch eine alles wird was willst du ein autogramm er habe schon genug von dir gehört du suchst nach musikern die mit bürgermeistern auf dem festival auftreten habe ich richtig verstanden die bezahlung für so eine feuerstellung ist auch nicht zu verachten das hast du nicht gehört ich bin dabei wie ein mond der gitarre ist das dabei so jetzt müssen wir uns natürlich umsehen weiter war ich noch nicht in der stadt das café in freien hier war jetzt sind einige türen offen die vorher zu war also wir kennen die stadt sogar schon da haben wir jetzt irgendwie das war knapp wo kommen wir jetzt raus auf dem dach Warte, da. Da, genau. Da habe ich doch was gesehen. Oh, äh. Auf. Auf. Drehen und zack. Falsch. Neuer Fail. Yes. Und... Auf zum Mond. Der Part ist schon zu Ende. Ich, äh... Beende denn an dieser Stelle. Da könnt ihr den nächsten Mond sehen, den wir sammeln müssen. Und wir müssen uns überhangeln. Oh nein. Da oben ist noch ein Mond. Oh nein. Okay, gut. Mit dieser traurigen Aussicht verabschieden wir uns dann. Für diesen Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like und einen Kommentar ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.